BIOS Update macht das Laptop Windows 11 kompatibel. Da zeige ich mal, wie man das BIOS updatet und wie das funktioniert. Hallo und willkommen bei Tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich verschiedene Notebooks, die man hier sieht. Und da läuft Windows 10 ganz problemlos drauf. Da soll natürlich auch am liebsten Windows 11 drauflaufen, aber das ist ganz schön schwierig. Das läuft ja nicht überall. Und gerade bei Notebooks gibt es eben das Problem, da kann man ja wenig umbauen. Das muss man so nehmen, wie es ist. Und da gibt es einige Tricks, wie Windows 11 dann draufläuft. Für Windows 11 braucht man ja drei Dinge. Zum einen braucht man ein BIOS, ein EFI, ein UEFI, welches den sicheren Start unterstützt. Dann braucht man TPM 2.0, wie man das hier drüben sieht. Und dann braucht man natürlich noch einen Prozessor, der von Windows 11 unterstützt wird. Und in diesem Video möchte ich mal zeigen, ob man sein BIOS flashen kann auf verschiedenen Notebooks, um danach TPM 2.0 zu bekommen. Weil bei TPM 2.0 ist es ja so, dass eben der Hersteller von dem Notebook im BIOS das anbieten muss, dass man es aktivieren kann. Viele Hersteller tun das nicht oder erst nach dem BIOS Update. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, das ist hier drüben zu sehen. Das blende ich hier oben auch mal ein. Und da sieht man dann, wie man das TPM 2.0 im BIOS einfach aktivieren kann. Das setzt natürlich immer voraus, dass es auch da ist, dass es da eine Option gibt, wo drin steht Enabled oder Disabled. Und bei vielen Notebooks ist es tatsächlich so, dass da überhaupt nichts drin ist. Und einige Hersteller versprechen, dass mit einem BIOS Update diese Option dann da ist. Das heißt, dass man es überhaupt dann einschalten kann, nachdem man so ein BIOS Update gemacht hat. Wenn man einen Desktop-PC hat, dann ist es meistens kein Problem. Da gibt es auch TPM-Module zum Nachkaufen, die man noch draufstecken kann. Bei Notebooks geht es natürlich nicht. Und bei einem Desktop-Rechner, da kann ich natürlich das Mainboard tauschen. Da kauft man sich für 50 Euro ein neues Mainboard, kann das entsprechend umbauen, wenn man den passenden Prozessor dann natürlich schon hat. Aber bei Notebooks ist es natürlich was anderes. Man möchte natürlich nicht gerne das komplette Gerät wegschmeißen und sich ein neues kaufen. Microsoft bietet da einen eigenen Artikel an. Den Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. Der heißt hier zum Beispiel Aktualisieren der Firmware des Sicherheitsprozessors TPM. Und da wird einiges beschrieben, wie man Updates runterlädt bei verschiedenen Herstellern. Lenovo, Panasonic, Toshiba. Da gibt es teilweise eben auch Probleme mit älteren Notebooks, wobei alt eben drei Jahre ist, vier Jahre, fünf Jahre älter nicht. Und da sieht man auch, wie man das TPM zurücksetzen kann, wie man das TPM löscht. Und wenn man hier sich die Hersteller mal anschaut, da kann man sich auch Updates runterladen für das BIOS von dem Notebook oder von dem PC. Das Notebook, was hier links steht, das ist ein Lenovo Notebook und das hat kein TPM. Das hat natürlich aber UEFI-Firmware. Und mal gucken, ob es ein Upgrade gibt. Ich habe hier drüben schon mal die Lenovo-Seite aufgerufen. Und da gibt es tatsächlich BIOS-Updates für dieses Gerät, was hier links steht. Und das lade ich mal runter und zeige mal, wie das funktioniert. Wenn ihr euch auf eurem Notebook Windows 11 installieren wollt oder das Upgrade installieren wollt, dann kriegt ihr eine Fehlermeldung, zum Beispiel hier bei dem PC-Integritätscheck. Den Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. Dann kann es sein, dass hier zum Beispiel steht, TPM 2.0 muss auf diesem PC unterstützt und aktiviert sein. Weitere Informationen und so weiter. Da geht man ins BIOS und guckt sich das erst mal an. Ich schaue mir das zuerst mal bei diesem Notebook hier an. Da sollte das relativ einfach gehen. Klickt man hier unten auf Ein-Aus und dann gibt es hier Neustarten. Ich drücke die Shift-Taste, die Umschalt-Taste, die Hochstelltaste, auch genannt, halte die gedrückt. Und dann startet hier das Notebook neu und dann komme ich direkt ins BIOS rein. Da bekommt man dann dieses Menü angezeigt. Kann bei euch verschieden aussehen. Hier unten gibt es die Problembehandlung. Da klicke ich drauf. Und dann gibt es hier die erweiterten Optionen. Klicke ich drauf. Und dann kann ich hier drüben in die UEFI-Firmware-Einstellungen. Und wenn ihr dieses hier nicht habt, dann ist entweder euer UEFI ausgeschaltet in eurem Notebook. Oder ihr habt ein Notebook, was kein EFI-UEFI hat. Habe ich auch hier zwei stehen. Zeige ich gleich mal. Bei denen kann man Windows 11 nicht installieren. Dann zeige ich mal das BIOS. Und hier, das ist aber immer schon mal die Voraussetzung, dass man Windows 11 installieren kann. Und dann klicke ich hier auf Neustarten und komme direkt ins BIOS. Diese UEFI-BIOS-Version, so wie man die hier sieht, die gibt es ungefähr so seit 2015. Da wurden die standardmäßig auf Notebooks zuerst ausgeliefert, dann eben auf PCs. Und da sieht man hier verschiedene Optionen. Security und Boot. Und da kann ich hier mit den Pfeiltasten mal hingehen. Und da sehe ich hier Boot-Mode UEFI. Und das ist natürlich schon mal die Grundvoraussetzung für Windows 11. Also wenn ihr ein klassisches BIOS habt, dann funktioniert das überhaupt nicht. Dann gibt es auch kein Update von einem klassischen BIOS auf einen UEFI-BIOS. Und hier dieses Notebook, das hat eben UEFI-BIOS. Und das ist hier schon mal die Grundvoraussetzung. Das muss so eingestellt sein, das muss enabled sein, dass eben Windows 11 installiert wird. Meistens gibt es bei diesen BIOS-Versionen noch einen anderen Punkt. Da heißt hier Security. Der kann aber auch anders heißen. Das gibt es auch unter dem Punkt Advanced. Wenn man sich hier die Sachen mal anschaut, dann sieht man hier Intel Platform Trust Technology. Das ist einfach nur verklausuliert von Intel für ein TPM-Modul. Das muss man einschalten. Wenn man diese Option überhaupt hat und einige BIOS-Versionen haben diese Option nicht, kann man wohl dazu flashen. Also wenn man sich das BIOS-Update runterlädt. Und das werde ich gleich mal auf zwei Notebooks zeigen. Und dann kann ich hier noch Secure Boot einschalten. Und dann ist man da auf der sicheren Seite. Also das sind die Grundvoraussetzungen jetzt für BIOS, dass eben Windows 11 installiert und ausgeführt werden kann. Dann muss man natürlich diese Einstellungen noch speichern und neu starten. Das geht meistens mit F10. Dann steht hier Save Configuration und Exit. Ja und dann starte ich Windows neu. Windows 10 ist neu gestartet und das hier ist ein installiertes Windows 10 mit dem Hintergrundbild von Windows 11. Und um rauszufinden, ob TPM aktiv ist, ob es benutzt werden kann, da tippt man hier unten in das Suchfeld bei Windows 10 einfach ein. TPM.msc. Und da kriegt man das hier angezeigt, so ein Chip mit einem Schlüssel drauf. Und da klickt man dann drauf und kriegt hier das entsprechende Control Panel. Und da sieht man, okay, das hat funktioniert. Auf diesem Notebook ist TPM jetzt aktiv. Da sieht man jetzt auch die genauen Daten zu dem TPM-Modul. Hersteller ist Intel. Das steht hier unten und die Spezifikation ist 2.0. Und das ist genau das, was Windows 11 dann braucht. Und TPM ist einsatzbereit, steht hier dann auch. Das Notebook, was hier neben steht, das ist auch ein Lenovo Notebook. Und das ist auch mit Windows 10. Ist auch richtig schön schnell. Macht auch richtig Spaß hier drauf. Möchte man nicht entsorgen, wäre super, wenn Windows 11 draufläuft. Ich probiere das bei diesem Notebook mal aus. Ich tippe mal ein TPM.msc. Und da kriege ich auch wieder hier dieses Control Panel angezeigt. Ich starte das einfach mal. Mal gucken, was hier gesagt wird. Und da wird direkt gesagt, es wurde kein TPM gefunden. Auf diesem Computer wurde kein kompatibles TPM-Modul gefunden. Und vergewissern Sie sich, dass diesem Computer ein TPM-Modul überhaupt ist. Und es im BIOS aktiviert ist. Und da gehe ich jetzt mal ins BIOS und gucke mir das an. Dieser Rechner, dieses Notebook hat natürlich auch ein UEFI BIOS. Jetzt drücke ich auch wieder die Shift-Taste, die Hochstelltaste, halte die gedrückt und rufe hier ganz normal, wie man das eben bei dem anderen gesehen hat, das BIOS auf. Hier auf Neu starten klicken und dann startet das hier neu. Je nachdem, was für ein Notebook oder Laptop ihr habt, kann das ein bisschen dauern. Habe ich dann auch wieder mein Menü. Klicke ich auf Problembehandlung und dann hier auf die erweiterten Optionen. Und hier rechts dann auf die UEFI-Firmware-Einstellung. Das Ganze kann bei euch aber durchaus anders aussehen. Also das hier ist nur ein Beispiel. Und da klicke ich drauf und gehe jetzt hier auch ganz einfach ins BIOS rein. Jetzt bin ich im BIOS drin. Und wenn man sich das hier oben mal anschaut, das sieht eigentlich genauso aus. Hier habe ich einen Punkt Security, hier habe ich den Punkt Boot. Und ich gehe mal ein bisschen nach rechts zu Boot. Und auch hier diese Einstellung Boot-Mode, UEFI, auch alles da. Ja, Grundvoraussetzung eben für Windows 11 UEFI muss da sein oder eben auch EFI genannt. Und hier kann ich mal nach links gehen. Dann sehe ich hier den Reiter Security. Und da sieht man aber, hier gibt es ein paar andere Einstellungen. Hier habe ich dann Administrator-Passwort. Secure Boot ist eingeschaltet. Und hier unten habe ich noch die Reset-Option, Restore Factory Keys eben für Secure Boot. Aber hier ist nichts von einem TPM-Modul zu sehen. Wenn ihr in euer BIOS reingeht von eurem Notebook oder eurem Laptop, dann kann das BIOS ganz anders aussehen. Wird es wahrscheinlich auch ganz anders aussehen. Und TPM, das kann sich irgendwo verstecken in irgendeinem anderen Reiter bei Konfigurationen. Und teilweise gibt es hier Reiter, die heißen dann Advanced zum Beispiel. Bei AMD hat man das recht gerne. Und da muss man mal alle Punkte durchgucken, ob man da irgendwas mit TPM findet. Das kann auch ganz verschieden heißen. Das kann zum Beispiel FTPM heißen. FTPM-Switch, AMD, CPU, TPM zum Beispiel oder Trusted Computing oder es kann PTT heißen bei Intel oder direkt Intel Platform Trust Technology. Das wäre auch dann TPM oder Trusted Computing. TPM-Device Selection ist auch möglich. Das muss man alles mal hier raussuchen. Aber hier ist nichts drin und hier kann ich das BIOS mal flashen. Ich schaue mal, was das für ein BIOS ist. Und da sehe ich hier die BIOS-Version. Das ist hier die A4CN32WW in Klammern V201. Und da gibt es auf der Seite von Lenovo eine neuere BIOS-Version. Das hier ist die Webseite von Lenovo zu genau diesem Notebook. Das ist das Z50-75 Laptop. Und da ist es abgebildet. Gut, die sehen ja hier alle gleich aus. Und hier sehe ich verschiedene BIOS-Versionen. Und da gibt es die aktuelle Version. Das ist hier die A4CN43WW und die ist vom 31. Januar 2018. Und wenn ich die jetzt hier runterlade und flashe, könnte es sein, dass ich hier eine TPM-Option habe. Da habe ich verschiedene Download-Möglichkeiten. Hier oben 32 Bit, das möchte ich nicht. Dann hier 64 Bit, da ist ja Windows 10 64 Bit drauf. Und hier ist es dann zu sehen. Hier unten nur eine Textdatei, das brauche ich nicht. Ich klicke hier drüben auf Runterladen und kann mir hier diese Exe-Datei runterladen und mache die auf den USB-Stick drauf. Ich habe das Update auf dem Rechner runtergeladen, auf den USB-Stick drauf gemacht und habe es dann hier drauf kopiert. Kann man aber auch prinzipiell direkt vom Notebook runterladen. Und hier ist es dann. Und ein BIOS-Update ist natürlich immer eine ganz wichtige Systemänderung. Und da ist Vorsicht geboten. Und hier, das Ganze läuft dann auch unter Windows. Ich zeige das nachher mal bei dem Notebook hier oben. Da geht es nicht unter Windows. Und da muss man wirklich schauen, dass im Hintergrund alle Programme geschlossen sind. Und dass da sonst keine Aufgaben, wie zum Beispiel Updates, mehr anstehen. Ich starte das Update mal. Und möchten Sie zulassen? Ja, das möchte ich. Und einige Updates, die gehen wirklich unvermittelt los. Und der fängt dann direkt an, abzudaten. Mal gucken, wie das hier ist. Das sieht irgendwie genauso aus. Und ja, der hat auch hier ohne Rückfrage zu halten einfach das Update gestartet. Nicht besonders gut, aber viele Programme machen das tatsächlich so. Zack, schon fertig. Das Ganze hat hier höchstens 20 Sekunden gedauert. Und dann startet er den Rechner automatisch neu. Windows hat sich da jetzt runtergefahren. Und der Rechner hat sich neu gestartet. Und der Rechner, der macht jetzt hier das Update mit dem beendeten Windows. Hat vorher aber auch nicht gefragt, ob das Update installiert werden soll. Das hat einfach so gestartet. Das habe ich schon sehr oft gehabt. Gerade bei Notebooks, das ist eigentlich nicht okay. Und einige Nutzer, die sich vielleicht damit nicht auskennen, die drücken jetzt aus Versehen vielleicht irgendwie irgendeinen Ein- oder Ausschaltknopf oder ziehen den Stecker vom Netzteil raus, weil sie nicht wissen, was hier passiert. Aber diesen Prozess darf man nicht unterbrechen. Wenn ihr bei einem Notebook oder Laptop ein BIOS-Update macht, dann stellt sicher, dass der Akku drin ist, dass der Akku auch entsprechend vollgeladen ist und sicherheitshalber, dass eben noch ein Netzteil angeschlossen ist. Und das ist hier der Fall. Sieht gut aus. Und der Rechner hat sich runtergefahren. War aus. War dann ungefähr so 5 Sekunden, 10 Sekunden komplett aus. Hat sich dann von selber wieder eingeschaltet. Das machen aktuelle Notebooks. Früher ging das nicht, aber mit dem EFI UEF BIOS funktioniert das. Und da sieht man hier, dass der Windows 10 jetzt wieder startet. Windows 10 ist wieder hochgefahren, hat alles funktioniert. Und ich gehe jetzt hier wieder ins BIOS rein und gucke mal, ob ich da mehr Optionen habe. BIOS-Update hat geklappt. Jetzt habe ich hier die Version 2.11 und das ist hier die A4C N42WW. Interessant, wer genau geschaut hat auf der Lenovo Webseite. Da wurde eine 43WW angeboten und die habe ich eigentlich runtergeladen. Aber da gibt es wohl auch einen Fehler bei der Webseite von denen. Und ich gucke mir das Ganze jetzt mal an. Hier drüben Boot. Da ist auch wieder UEFI genau das Gleiche wie vorher. Hat sich nichts geändert. Ich gehe mal auf Security. Da habe ich hier Administrator-Passwort. Das hat aber mit TPM nichts zu tun. Hat das Passwort, brauche ich nicht. Secure Boot, also der sichere Start. Der ist eingeschaltet, war er ja auch vorhin schon. Und die anderen Sachen, da kann ich hier nicht ran. Die sind ausgegraut. Und hier unten auch kein TPM. Und ich schaue mal hier. Und da finde ich hier BIOS. Dann finde ich hier Grafik. Dann finde ich hier SATA. Aber dieses Notebook hat durch das BIOS-Update jetzt kein TPM freigeschaltet bekommen. Der Punkt ist aber immer, das ist wirklich ganz individuell. Das ist für jedes Notebook verschieden. Das hängt vom Notebook-Hersteller ab. Das hängt von dem Typ des Notebooks ab, vom Prozessor. Da müsst ihr, wenn ihr so ein Notebook habt und Windows 11 haben möchtet, auf jeden Fall auf der Webseite schauen, ob es ein BIOS-Update gibt oder irgendein Update zu TPM, ein Software-Update. Und dann muss man das runterladen und installieren, so wie man das hier gesehen hat. Und dann erst kann man rausfinden, ob das Notebook für Windows 11 geeignet ist. Das ist wirklich ganz individuell. Da kann man pauschal gar nichts zu sagen. Hier hat es nicht geklappt. Hier drüben habe ich noch ein Notebook. Da werde ich das gleich mal probieren. Und ich zeige erst mal hier dieses orangenen Notebook. Das orangenen Notebook, das ist ein Gaming-Notebook. Das ist ein Alienware, wie es hier zu sehen ist. Hat ein Zuschauer gespendet. Vielen Dank an dieser Stelle. So eine Video blende ich hier oben mal ein. Und da läuft Windows 10 drauf. Läuft ohne Probleme. Läuft richtig schön schnell. Das ist ein Intel Core i7, hat 12 GB RAM und da ist natürlich eine SSD drin. Aber das funktioniert hier nicht mit Windows 11. Da hat es überhaupt kein UEFI-BIOS. Und da zeige ich jetzt mal, wie man das hier erkennt. Kann man zum Beispiel auch einfach hier neu starten. Drücke ich wieder die Shift-Taste und da kann ich das Menü mal aufrufen. Und da fehlen eben da die entsprechenden Optionen, um ins BIOS reinzugehen. Man sieht hier schon, diese Optionen sind ein bisschen anders und ich kann den PC ausschalten, fortsetzen oder hier die Problembehandlung. Und dann habe ich hier die erweiterten Optionen. PC zurücksetzen möchte ich nicht. Und dann habe ich hier Starthilfe, Starteinstellung, Eingabe auf Forderungssystem, Image-Wiederherstellung, Wiederherstellen, Updates deinstallieren. Aber hier wird eben diese Option UEFI-BIOS-Firmwareinstellung gar nicht angezeigt. Und ich gehe per Hand mal ins BIOS mit F2 beim Einschalten. Drücke ich die F2-Taste beim Einschalten und bin hier schon im BIOS drin. Und ganz unschwer zu sehen, das sieht schon mal ganz anders aus als so ein UEFI-BIOS, wie man das eben bei den anderen beiden Notebooks gesehen hat. Und da gibt es auch die Punkte Security und Boot, aber wenn man sich die mal anschaut, die sind wirklich sehr übersichtlich. Und das ist ein klassisches BIOS, kein EFI, sondern das BIOS, wie man das hatte, so bis 2015, aus den 90ern bis 2015. Und da findet man hier nur Hard Drive und bei Security, da kann man hier noch ein Supervisor-Passwort eintragen und eventuell noch ein paar andere Sachen. Aber hier kann man eigentlich gar nichts machen. Hier Bluetooth, Wireless und hier bei Advanced ist auch nichts zu finden mit einem TPM-Modul. Wenn euer Laptop, euer Notebook also ungefähr so bis 2014, 2015 eventuell noch ist, dann hat das wahrscheinlich so ein BIOS, wie man das hier sieht. Und da hilft natürlich auch kein BIOS-Upgrade. Also wer ein klassisches BIOS hat, der behält es natürlich auch. Also von einem klassischen BIOS, so wie man das hier sieht, abzugraden auf ein UEFI-BIOS, das ist nicht möglich. Für dieses Notebook ist eben bei Windows 10 Schluss. Windows 11 läuft da nicht, man kann alternativ natürlich das Gerät weiter benutzen mit einem aktuellen Linux, wenn es für Windows 10 keine Updates mehr gibt. Aber hier so ein BIOS, das ist eben kein UEFI-BIOS, das ist eben auch kein Secure Boot, kein sicherer Start, hat kein TPM, ganz unabhängig davon, was da für ein Prozessor drin ist. Dieses ASUS-Notebook, das hat auch ein EFI, UEFI, BIOS, UEFI und EFI, das ist das gleiche. Und TPM ist aber da momentan nicht aktiviert. Und da habe ich hier wieder tpm.msc aufgerufen. Wurde kein kompatibles TPM gefunden. Da gehe ich mal ins BIOS und gucke mir das mal an. Auch hier wieder Hochstelltaste drücken und gedrückt halten. Auf Neu starten klicken, habe ich dann hier ein Gerät verwenden. Dann hier die Problembehandlung, das möchte ich hier. Dann die erweiterten Optionen, ist auch okay. Und hier drüben dann die UEFI-Firmware-Einstellung und die rufe ich jetzt auf. Direkt auf der Hauptseite kriege ich dann angezeigt, American Megatrends ist der Hersteller von dem BIOS. Die Version ist die 209 und das merke ich mir mal und gucke gleich mal nach Updates auf der ASUS-Seite. Da gibt es oben auch den Punkt Boot und Security. Kann ich hier dann mal mir anzeigen lassen. Und sieht man hier Fast Boot und Launch CSM. Und wenn bei euch im BIOS CSM steht, dann habt ihr auch ein EFI, UEFI BIOS. Und Launch CSM bedeutet nur, dass er eben auch von Nicht-UEFI-Medien wie alten USB-Sticks booten kann, booten soll. Braucht man bei Windows 10 und Windows 11 natürlich gar nicht mehr. Deswegen ist es auch hier ausgeschaltet. Und ich kann mir hier nochmal Sicherheit angucken. Und da sieht man so ein paar Sachen, aber TPM ist hier auch nicht zu sehen. Ich gucke mal bei Secure Boot Menü. Da ist hier nichts. Da kann ich eben den sicheren Start so ein bisschen konfigurieren. Aber TPM kann ich hier nicht einschalten. Ich gehe mal weiter nach links zu Advanced. Da kann sich das auch ganz gut verstecken. Aber auch hier nicht. Hier nur USB-Netzwerk, SATA-Konfiguration. Und das war es dann gewesen. Also hier ist nichts zu finden mit Secure Computing, mit Trusted Computing oder ähnlichem. Oder PTT oder FTPM oder DTPM. Da ist hier nichts im BIOS zu finden. Ich gucke mal, ob es mit dem BIOS Update dann hier erscheint. Wenn ihr BIOS Updates für euren Notebook sucht, müsst ihr natürlich genau wissen, was es für ein Notebook ist. Wie der Typ heißt und hier ist der Aufkleber vorne drauf. Manchmal ist er auch unten auf dem Notebook eben. Hersteller ist Asus und das Modell ist hier ein R515M. Teilweise gibt es auch noch mal so unter Nummern, die irgendwo hier draufstehen. Hier aber nicht. Hier ist es eben die R515M. Das ist die Webseite von Asus und da habe ich hier R515M. Da bin ich hingeleitet worden, wenn ich nach R515M geschaut habe. Und da kann man ungefähr so an den BIOS Nummern, an den BIOS Versionen sehen, ob es auch das Richtige ist. Da habe ich hier die Version 207, 208, 209, 210, 211 und 214. Also hier die Version 214. Das ist die aktuellste. Die kann ich mir hier drüben runterladen und speichere mir die hier mal ab. Ich habe mir die ZIP-Datei runtergeladen auf den USB-Stick und habe die mal entpackt. Und das ist das Einzige, was hier rausgekommen ist. Einfach nur ein Dokument, ein File-X553-MAAS.214. Also das ist keine Exe-Datei, die ich da aufrufen muss unter Windows, sondern das ist eben das reine BIOS und das muss ich hier flashen. Das Updaten von dem BIOS ist immer von Notebook zu Notebook verschieden. Manchmal ist es eine Exe-Datei unter Windows. Hier muss ich aber im BIOS selber das BIOS updaten. Und das ist auch nicht ganz unsinnvoll. Das macht eigentlich mehr Sinn als so eine Windows-Exe-Datei, wie man das eben gesehen hat. Und da muss man das jetzt hier aufrufen. Hier drüben sucht man vergebens bei einem normalen Desktop-PC, bei einem Mainboard. Da gibt es ja meist hier irgendwo die F6-Taste und hier ist es ein bisschen versteckt im BIOS. Hier habe ich Main, hier habe ich Advanced und da habe ich hier oben Start Easy Flash. Und das kann ich jetzt hier aufrufen. Das ist das sogenannte Asus Tech Easy Flash Utility. Und hier der Chip, das ist ein WinBond 25XQ, der hier in diesem Notebook drin ist. Und da habe ich hier die BIOS-Version 209. Das ist ja auch richtig. Die ist von 2014. Mal gucken, ob ich hier TPM bekomme, wenn ich das Ganze hier update. Und hier habe ich verschiedene File Systems, die hier gefunden wurden. Und da ist der USB-Stick bestimmt auch dabei. Da ist er dann FS3. Das muss man einfach hier probieren. Und mal gucken, wo der zu finden ist. Und ich habe die Ordner auf dem USB-Stick entsprechend benannt. Und hier habe ich Asus Laptop BIOS Update. Und genau das ist der. Und hier oben der Ordner. Das ist das Lenovo BIOS Update. Und da gehe ich hier auf Eingabe. Und hier unten, da habe ich dann mein BIOS. Kann ich dann mit Q verlassen, wenn ich es doch nicht flashen möchte. Oder mit Enter, um das auszuwählen. Genau das möchte ich. Und das ist jetzt hier die Datei. X55214, eben das war ein Ordner gewesen. Und möchten Sie das BIOS updaten? Ja, das möchte ich. Ich gehe auf Yes. Und da geht es dann schon los. Auch hier gilt dann natürlich, der Akku, der sollte voll sein. Und am besten eben noch das Netzteil eingesteckt, damit es dazu keiner Stromunterbrechung kommt. Und auf keinen Knopf jetzt drauf drücken. BIOS Update hat funktioniert. Windows 10 ist wieder hochgefahren. Und ich starte mal neu. Wenn man ein BIOS Update installiert und Windows 10 dann wieder hochfährt, dann ist es eigentlich immer so, dass da keine Meldung kommt. Also oft kommt ja die Meldung, dass Windows 10 irgendwas neu gefunden hat. Das ist beim BIOS Update aber meistens nicht der Fall. Wieder das Menü und die erweiterten Optionen. Und dann gehe ich hier drüben mal ins BIOS. Hier hat das BIOS Update auch geklappt. Dann habe ich jetzt hier die BIOS Version 214 drauf. Vorher war es ja die 209. Und ich gucke mir mal hier die Optionen an. Boot. Da habe ich hier CSM nach wie vor auch wieder ausgeschaltet. Und dann habe ich hier Security. Und da gibt es auch wieder verschiedene Passwörter und das Secure Boot Menü. Mal gucken, ob da irgendwas versteckt ist. Nein, da ist nichts versteckt. Und ich gucke nochmal bei Advanced. Aber da hat sich auch nichts getan. Also TPM ist hier auch nicht dazugekommen. BIOS Updates waren erfolgreich, aber kein TPM dazugekommen. Und für meine Notebooks ist hier bei Windows 10 eben Schluss. Wenn man eben die nach dem Windows 10 Support Ende noch benutzen möchte, dann braucht man da ein Linux für oder ein anderes Betriebssystem. Aber Windows 11 läuft auf denen nicht. Aber ganz wichtig ist eben, man muss es einfach versuchen. Hier noch das letzte Notebook. Das ist ein Foyezo Notebook. Und das hat 8 GB RAM. Core i5 ist drin, hat eine super schnelle SSD. Und da läuft Windows 10 richtig gut drauf. Und auch hier ist nichts. Das ist eben ein klassisches BIOS. Ein nicht UEFI BIOS, ein nicht EFI BIOS. Sondern eben so ein BIOS, wie man das aus den 90ern bis ungefähr so 2015 hatte. Und ungefähr aus diesem Zeitraum ist auch dieses Notebook. Und da kann man nichts einstellen mit TPM. Und da kann man auch nichts updaten. Also jedes BIOS Update, was es dafür gibt, das hat irgendeine Verbesserung. Aber definitiv kein TPM. Was kann man da machen mit einem Notebook, was gut funktioniert, was eventuell auch ganz frisch repariert ist. Hier in diesem Notebook ist auch ein ganz neuer Akku drin. Wenn da der Support endet für Windows 10. Da kann man einfach Linux installieren. Und wie das funktioniert, das sieht man eben hier auch. Das ist jetzt Linux Mint. Blende ich das Video hier oben mal ein. Und da kriegt man länger Updates für. Da kriegt man länger Support für. Und die funktionieren auch noch, diese ganzen Linux-Versionen. Zumindest die aktuellen Linux-Versionen auf Notebooks, die kein UFE unterstützen. Wie zum Beispiel auf diesem hier oder auf dem orangenen hier oben. Und das läuft ganz vorzüglich. Das läuft super schnell. Und da kann man auch alles mit machen, was man eben auch mit Windows 10 machen kann, machen konnte. Und Windows 11 ist auch nicht so viel anders als Windows 10. Schaut euch die Videos mal an. Dann seht ihr hier auch und findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Da habe ich die Links mal gepostet. Ob so ein Notebook nach einem BIOS-Update TPM 2.0 unterstützt, das kann man eben nie so genau sagen. Man muss es einfach ausprobieren. Ganz individuell von Notebook zu Notebook verschieden. Immer mal gucken für den eigenen Typ auf der Webseite vom Hersteller, ob es da vielleicht ein Update gibt. Das setzt natürlich voraus, dass TPM technisch überhaupt möglich ist bei dem Notebook und dass es vorher deaktiviert war. Und da muss man einfach schauen. Es kann natürlich auch sein, dass in Zukunft erst solche Updates rauskommen. Das heißt in einigen Monaten oder vielleicht auch erst nächstes Jahr. Aber man muss es einfach mal testen. Grundsätzlich haben die Hersteller da natürlich nicht so viel Interesse dran. Die möchten lieber ein Notebook verkaufen. Aber bevor so ein Notebook irgendwo auf dem Schrott landet oder in der Schublade verstaubt und man sich da ein neues kauft, kann man das einfach mal probieren. Als Faustregel kann man eben sagen, dass so Notebooks ab 2019, die haben eigentlich TPM direkt schon an Bord. Im BIOS kann man einstellen, aktivieren, deaktivieren. Da ist es oft nur deaktiviert. Und bei Notebooks so um 2015, 16, 17, da muss man einfach schauen. Und da gibt es auch wieder die Faustregel. Je teurer so ein Gerät war, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da TPM irgendwo integriert ist, dass man das aktivieren kann. Je billiger so ein Notebook ist, desto weniger Interesse hat so ein Hersteller da dran. Da ist es vielleicht auch nicht auf dem Mainboard integriert und da kann man das eben auch nicht aktivieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt, Kommentare, Hinweise, dann schreibt die unten in die Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Ist auch sicherlich für viele andere interessant. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr die gesamten gezeigten Links, die Tipps und Tricks, andere Videos und auch den Link zur Seite tooltime.de und zur Seite tooltime.pedia. Auf der Seite tooltime.de, da findet ihr über 380 Anleitungen und Tutorials zum Thema Windows. 11 zum Thema Windows 10, wie man das installiert, wie man das schneller macht. Da findet ihr Anleitungen zum Thema Drucker, wie man die repariert, zum Thema Notebooks, wie man die auseinanderbaut und repariert. Da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Besucht doch mal die Seite tooltime.pedia. Die sieht man hier. Das ist ein Hardware-Archiv, ein Kompendium mit über 100 Sachen aus drei Jahrzehnten mit Hardware, mit Software, mit Prozessoren, mit Festplatten, mit Laufwerken, mit Mainboards. Schaut es euch einfach mal an. Wer sich für IT interessiert, der findet diese Seite mit Sicherheit auch interessant. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an. Da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf. Das ist dann, wie ihrです, Peuerts. Vielen Dank.